Smarter und ihre magische Tasche Hallo! Ich bin Smarter. Das ist Spotty. Oh! Wer ist das denn? Das ist meine Freundin Amaya. Hallo! Schau mal, Smarter. Ich habe neue Schlittschuhe. Kommst du mit auf die Eisbahn? Na klar. Spotty, bring mir bitte was zum Anziehen. Spottty, es ist Winter. Weißt du etwa nicht, was man im Winter trägt? Lass uns ihm helfen. Was ist das? Ein Mantel. Und was ist das? Eine Mütze. Und was haben wir? Und was haben wir hier? Fröstlinge. Was ist das? Ein Schal. Genau. Und was braucht man für die Eisbahn noch? Na, Schlittschuhe. Hast du Schlittschuhe, Smarter? Ja, na klar. Dann können wir ja gehen. Hopp, hopp. Dann können wir ja gehen. Oh je? Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. 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 Hahaha, Spotty, macht es dir Spaß, in der Pfütze rumzuspringen? Amaya, warum weinst du? Sieh nur, wie lustig Spotty ist. Ich will aber keinen lustigen Spotty. Ich will die Eisbahn. Sag, warum ist sie geschmolzen? Hm, warum ist sie geschmolzen? Deswegen, heute haben wir plus drei Grad. Wenn die Temperatur über null Grad ist, ist Wasser flüssig. Liegt die Temperatur über 100 Grad, fängt Wasser an zu kochen und verdampft. Und wenn die Temperatur unter null liegt, dann gefriert Wasser zu Eis. Auf der Anzeige steht, plus drei. Plus drei ist höher als null. Deshalb ist es geschmolzen. Was machst du? Na, ich puste, damit das Wasser wieder zu Eis gefriert. Hehe, nein. So funktioniert das sicher nicht. Du kannst doch nicht mit kalter Luft pusten. Nein, weinen darfst du auch nicht. Das hilft uns auch nicht weiter. Los, Marta, denk nach. Ich weiß was. Wir gehen einfach zur Kunsteisbahn. Kunsteisbahn? Navigator, hey. Navigator, hey. Ich bin Navigator, hey. Bring dich von A nach B. Gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey. Ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, welche Richtung es geht. Navigator, hey. Weißt du, wie wir zur Kunsteisbahn kommen? Im Einkaufszentrum gibt es eine Kunsteisbahn. Lauf zum Einkaufszentrum. Geht in die fünfte Etage. Dort ist die Kunsteisbahn. Danke, hey. Nicht zu danken. Bis bald. Amaya, hast du es dir gemerkt? Ja. Einkaufszentrum, fünfte Etage, Kunsteisbahn. Na dann, los. Es ist Zeit für ein neues Abenteuer. Das erter Ton�� modeled. Was war die Uhr? puedes ver. Haber vorstuh anonymous. önσε khusen. Ihr Estado. Es istentry. Was wurde dauer. авгуist irritating wird, was ist ein zweiter fitscht. Was war die drought. Amaya, hast du Ciao. War Eing overd Jesus. Anyway, im Unknown вход. Wir sind da. Das ist das Einkaufszentrum, das Navigator hell gemeint hat. Das ist das Einkaufszentrum. Das ist das Einkaufszentrum. Weißt du noch, in welche Etage wir müssen? Hm, in die fünfte. Zählen wir gemeinsam. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einkaufszentrum, fünfte Etage. Da ist sie. Hurra. Schau mal, was ich kann. Ist das toll. Ich fliege. Ich fliege. Ach. Smarter. Ich habe Hunger. Lass uns noch ein wenig hierbleiben. Und dann suchen wir ein Eiskaffee. Leckeren Knochen. Ja, Spotty. Und du bekommst einen Knochen. Und du gucken uns zur Zeit Amongst ist dieser interpreting. Nie zht toi für mich, erste Fahrte. Ich warte mir. Ich habe froze.